Wir verlassen unser Lager und ziehen los zu Reverend Swanson, der im Süden noch eine neue Mission für uns bereithält. Er hat irgendwas an einem See gefunden und wir sollen uns da mal genauer anschauen, irgendwas Interessantes. Ich weiß selber noch gar nicht genau, was sie damit auf sich hat. Schulden haben wir eingetrieben. Wir haben schon viel erlebt. Band ein Ding festgemacht. Noch nicht so ganz, der O'Driscoll. Oh. Was ist denn hier los? Kann der froh sein. Aber das ist Schlangenöl, ne? Ja, ich würde gerne die Kohle wieder haben, ne? Also ein bisschen Kohle, irgendeine Belohnung ist nicht drin oder was? Habe ich dem das jetzt einfach umsonst? Gibt er mir nicht mal 5 Dollar? Äh, verpiss dich, Mann. Na gut. So viel zum Cowboy-Leben hier. Hallo. Weil ich so netter bin, schreibt die Rossi. Verdammt. Und hier sind wir auch schon bei der Mission, wo wir hinwollen. Na Leute, alles gut bei euch. Komm, wir binden mal unser Head regulär hier an. Kannst du auch was trinken, die gute Rossi? Oh, Premium-Zigaretten. Guten Abend. Mr. Morgan. Der Reverend. Ich habe deine Worte, Herr. Ich habe deine Worte. Der Reverend. Wenn dein Gott endlich aufhörstet hat, was du sagen? Ich habe deine Worte, Herr. Ich habe mich aus Morpheus'embrief. Ich werde nicht mehr denken, Herr. Ich bin frei. Ich bin frei. Du bist nicht frei, Freund. Du bist drunk. Sit down, Reverend. Wir sind nicht fertig. Du bist fertig. Look at ihn. Er ist fertig. Niemand muss force Licker down his throat. Freund, ich wollte ihn zu spielen. Na, firstly, wir sind nicht Freunde. Don't make no mistake auf das Thema. Na, secondly, er kann es nicht so gut sehen, dass es nicht so gut sehen. Now, Reasoning nicht immer war eines meiner starken Punkte, aber sie und ich machen einfach gut. Du willst, zu gehen oder zu gehen oder zu gehen hier? Ich wollte ihn zu Ende des Spiels. Warum können wir alle einfach nur zusammenkommen? Es sind gute Mann, Arthur. Sie sind Kinder von Gott. Sie sind Kinder von Gott. Oh. Wie ist es mit dir zu spielen? Das ist es fair? Fair? Sure. Willst du ein Spiel? Sure. Ich werde ein paar Hände. Well, sit dir selbst dann. Kleine Runde Poker. Ich bin Luther. Ich bin Marvin. Okay. Glücklich für euch beide, dass wir hier ein Damen und Herren sind. Gleiches geht für dich. Also? Du zwei kennen uns auch immer. Du siehst nicht wie die liebsten Freunde. Wenn du mir nicht sagen. Wir gehen einen langen Weg zurück. Und jetzt bist du sein Chaperone? Ich glaube, es ist so etwas wie das. Können wir spielen? Okay. Jetzt können wir uns hier anschauen. Gehen wir mit, ne? Würde ich sagen. Also eine Dame und erzählen ist natürlich jetzt nicht der Shit. Er hat über fünf Kardinal-Sins in dem Stadion, in der du sitzt. Ich glaube, er war so. Er hat in den vergangenen Jahren ein bisschen geflogen. Und das Leben ist ein Herausforderung. Für alle von uns. Zwei Damen, immerhin. Kannst du ihn an der Puppet vorstellen? Wenn er aufstehen könnte. Ich setze einfach mal. Ich höre einfach mal ganz dreist, so Bluff-mäßig. Mal gucken, ob es funktioniert. Er ist ein decenter Mann, der durch eine schlechte Zeit geht. Respekt ihm wieder und du findest dich auch in einer schlechten Zeit. Okay, okay. Ich versuche hier ein bisschen Spaß zu haben. Es ist ein Spiel, nachher alles, Herr. Hm. Macht unser Blatt nicht unbedingt besser. Na komm, wir hören trotzdem weiter, auch wenn wir... Machen wir weiter. Um bis zu einer ausspringen. Ein Dollar zwölf Pod, der können wir ruhig mitziehen. Aber die kommen mit, die kommen mit. Zehn. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Da würde ich sagen... Wir haben mal Gemeinschaftskarten. Was kann ich denn jetzt hier mit R2? Kann ich die genauer angucken nochmal. Also wir haben eine Zehn und eine Dame. Ja, wir müssen halt jetzt Pärchen kriegen. Das ist ganz gut. Ich bin auch kein Poker-Experte, Leute. Das ist wenigstens zwei Paare. Oh, jetzt sind richtig. Es sind drei Dollar im Pod, ey. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, komm. Ja, Mann. Okay, machen wir noch eine Runde Poker, oder? Was haben wir? Das ist ein Pärchen direkt. Zwei Fünferpärchen. Ist jetzt nicht so schlecht. Man kann halt Straße, Pärchen, was weiß ich was alles haben. Um das mal vereinfacht zu erklären. Für die, die null Ahnung von Poker haben. Und ich würde sagen, wir erhöhen den Betrag direkt mal. Wir raisen den. Direkt mal auf 30. Hier. Wir spielen heute härter, Leute. Er ist raus. Er schiebt. So, mal weiter. Er ist komplett raus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Bubi. Ja, wir haben ein schlechtes Paar eigentlich, ne? Also jetzt, ich kann jetzt mal gucken, ob der... Wenn wir jetzt so einen Dollar raushauen, einfach mal. Oh, er zieht mit. Wahrscheinlich das bessere Blatt. Eine 7. Bringt uns überhaupt nichts. Komm, wir hauen nochmal was raus. Auch wenn ich das jetzt alles verliere. Wow, ein Fünferpächer. Ein paar Asse. Ja, der hat auf jeden Fall gewonnen. Ich habe halt gehofft, der steigt aus. Weil ich sage, ey, ich habe einen Dollar drauf. Und ja, es steigt dann aus. Aber das Bluffen wollte ich mal testen. Ob das auch funktioniert, wisst ihr? Ob ich so tun könnte, als wäre ich gut, Bart. Ich weiß halt nicht, wie weit ich da steigen muss. Aber ich denke mal, das würden die auch in dieses Spiel integriert haben. Aber der Marvin hat ja jetzt auch voll viel Cash in der Tasche. Okay, Bubone 4. Oh, jetzt steigen wir mal langsam durch. Jetzt müssen wir die Gemeinschaftskarten testen. Zwei Vieren. Das ist doch ganz gut. Da haben wir schon mal eine Dreier. Das ist eigentlich sogar richtig gut. Ne? Eine Dreier. Oh, jetzt steigen wir mal. Okay, dann. Wir sind wieder im Game. Rein mit der Tasche hier. Sollen wir noch ein bisschen Poker noch machen? Machen wir was anderes jetzt hier. Ich glaube, es ist aber ziemlich geil, dass wir es integriert haben. Noch ein Spielchen? Ja, so viel Kohle gibt das jetzt nicht, ne? Wir haben jetzt hier den... Ja, er hat nicht mehr viel. Müssen wir erstmal gucken, was haben wir denn da? U-Bunden. Ne 5. Cool. Cool. Was? Was hatte der für ein Glück, Alter? Das können doch nur gefakte Karten sein, ey. Der hat doch gerade gefuscht, ey. Der hat doch gerade gefudelt. Und er hatte so ein Glück, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Gemeinschaftskarten, die aufgedeckt wurden, so zugunsten von ihm waren. Okay, Leute, nächste Runde. Knall sie ab. Ja, genau. Die Pisser. Ah, boah, geil. Das ist ein gutes Blatt. Ein Ass und ein Bube ist schon mal nicht schlecht. Komm, dann ziehen wir direkt mal hier 12. Ah, das ist aber gerade echt, dass die Gemeinschaftskarten so gut waren. Ja, der hat ja auch keine Kohle mehr daneben uns. Okay, 8, 9. Boah, eine 10 wäre auch gut, ne? Da hätten wir, glaube ich, eine Straße, wenn ich mich nicht irre. Ah, I'll see you. Let's see then. Man, I got lucky. Na, dann habe ich Glück gehabt. Was? Das kann doch nicht sein. Die rippen mich hier ab. Das ist doch immer die Gemeinschaftskarten. Kann doch nicht sein. Die sind doch nicht gut gemischt. Die haben so ein Glück, ey. Betrug, oder? Die, die, die schienen doch. Ja, wir haben ja noch voll viel Geld. Das war ja nur unser Spielgeld. Deswegen ist es egal, wenn wir hier verlieren würden, ne? Ah, 5 und eine 10 ist ja gar nichts. Aber wir... Den PC's betrügen immer. Hm. Ich mache jetzt einfach mit. Setze jetzt alles, was ich habe. Komm. Hoffen wir auf die Gemeinschaftskarten. Vielleicht haben wir auch mal so viel Glück. Okay, cool. Aber was für ein Pech. Ich habe auch eine Chance, er hat auf jeden Fall die Höhung gehabt. Ich habe auch eine Chance, er hat auf jeden Fall die Höhung gehabt. Come on, Reverend. Where is he? Where did he go? Who? The Reverend, where did he? Excuse me, gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Wo ist er? Der Reverend. Nachdem wir den Poker schon verloren haben, Reverend, können sie das jetzt nicht abziehen. Der Besoffene. Seht ihr irgendwen? Da ist doch wer. Red. Oh, oh. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. Autsch. Was ist das weh? Aua, der ist ganz schön stark, der Bursche. Aber jetzt, jetzt gibt es auch die Nase hier. Come on. Aua. Autsch. Was? Will der mich verarschen? Ich hab dir nur eine Backpfeife zu viel verpasst. You're a fine man. Hey, you. Get back here. Damn it, Reverend. Schnell hinterher. Ich hab kein Problem, boah, kein Problem mitzukriegen in der Ortschaft. Ich bin hier noch Pokerspielen gehen. Soll ich dir noch auf die Fresse hauen? Warte denn jetzt, bist du ja nicht wütend. Komm. Okay, das haben wir hingekriegt. Reverend! Get off the damn tracks! Oh, nein. Der ist da oben, der Reverend. Ey, der macht mich noch fertig. Was für eine geile Mission. Den Besoffenen im Zaum halten. Das fand ich auch bei Kingdom Come Deliverance so geil. Da gab es so viele coole Missionen. Könnte auch auf meinem YouTube-Channel sehen. Scheiße, der Zug. Scheiße, der Zug. Get your foot out of here. Twist your leg, you drunk bastard. Help! Help me or we're both dead! Okay da war ich wohl ein bisschen langsam. Okay, Kontrollpunkt neu starten. Ich wusste gar nicht, dass ich da was machen konnte. Das wäre einfach nur eine Zwischensequenz. Was hast du gemacht? Mit deinem Fuß? Es scheint, dass du diesen Ort magst. Und was zu bleiben. Geh deine Fuß aus hier! Twist deine legge, du verdammelig wunderschön! Komm schon! Komm schon! Danke, Sir! Oh, nein, du nicht! Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Dass du mich auf eine Brücke wie das? Es war ein Geheimnis-Train, du verrückte Mann! Ich bin schlecht, Herr Morgan! Entschuldigung! Ich wünsche ich anders. Wir holen dich nach Hause. Nach Hause? Das ist eine wunderbare Idee. Ich könnte mit Margaret have tea. Margaret? Wer ist Margaret? Ah ja, so klar! Na komm, Reverend! Und rauf mit dir! Oh, Vorsicht, Rossi! Was machst du denn da? Okidoki, let's go! Ja, wir schütteln ihn hinten mal ein bisschen durch, ne? Der Turbonetz ist so besoffen nur am Wochenende. Vielleicht ist ja Wochenende grad hier im Spiel. Während wir hier Livestream, ist ja grad ein Wochenendtag. Zack! Insofern, schönes Wochenende! Hehehehe! Torbonetz! Hehehehe! Howard! Horst du, Yerge? SPEAKER! Und wie gut ist das,友W kann ich jetzt nicht mit dir selberishen? Okay, ja, ich habe einfach mal ausprobiert, aber ich hätte das theoretisch schon an mich reißen können. Ich glaube ja immer noch die Sheepen. So. Reverend, komm mal mit. Boah, das Pferd ist falsch rum an Pfosten angebunden. Tut mir leid. Moin, moin. Kieran, du alter Schlingel. Der zur O'Driscoll-Bandle gehört eigentlich. Und der zu uns übergelaufen ist, sozusagen. Der Philip meint, die cheaten immer. Alle stimmen mir zu. Ja, der hängt. Dem geht es nicht so gut. Ja, der gute Reverend. Hat Poker gespielt und gesoffen. Muss erst mal ausschlafen. Dann kann er Tee trinken, mit wem auch immer der Tee trinken wollte. Willst du schlafen, mein Freund. Oh, was ist passiert? Just das usual. Pferde Bade. Genau. Well, danke, Mr. Morgan. Ich werde mir ein Augenblick auf ihn halten. Er war glücklich, diese Zeit. Real glücklich. Wer nicht ohne Sünde ist, haben wir abgeschlossen. So. Mal ganz kurz da rüber schauen, will ich. Okay, das können wir jetzt alles einfach nehmen. Da steht jetzt alles zur Verfügung, weil wir es ausgebaut haben. Ist ja echt cool. Wer war das nochmal? Abigale. Ja, die eine da vorne kenne ich auch, die blonde. Komm, wir können was essen gerade. Das ist auch immer wichtig. Ja, komm, eine Schüssel Eintopf. Gönnen wir uns noch. Und rein damit. Ah, das ist so gut. Der hat auch seit Tagen nicht gepennt, ne? Richtig. Gibt mir auch für tolle Zettel. Mh, Mh, Army of the United States? Oh. Marion Williamson aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und Ungehorsam bescheinigt. Okay. Mh, die unehrenhafte Entlassung. Ist das eine interessante Information, die hier rumliegen. Aber das war nur der Brief. Oder ist das noch ein anderer? Naja, ist noch ein anderer. Ne, den will ich nicht. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Ich bin an den hier. Ah, da gibt es nichts zu lesen scheinbar. Es ist nur ein Stück Papier. Zettelchen. Hey Jungs, alles gut bei euch? Hallo. Na, Schulden haben wir eingetrieben. Dem Lager geht es ganz gut. So, und hier können wir jetzt mal einen Blick auf die Karte werfen. Verändert sich das Lager, wenn man es verbessert? Ja, ja, durchaus. Durchaus. So, jetzt haben wir eine Mission bei D. Und hier sind die weitere Missionen, die jetzt aufgetaucht sind. Bei Javier. Okay. Was ist hier noch? Der Stall. Okay, da ist noch ein Stall. Interessant. Und José. Oh. Hilfe bei einer neuen Geschäftsidee. Bei der Emirate Ranch. Das sieht nach einer guten Geschäftsidee aus. Und ich würde sagen, als nächste Mission, nachdem wir jetzt hier das mit dem Reverend und dem Poker erledigt haben, geht es mit Dutch Vandalin weiter. Das ist das mitverlässig. Und einfach mal hier.